Hilfe! Hilfe! Wo steh ich oder was? Oh nein, ich slide einfach rum. Und was ist mit dem schattigen Land da drüben? Guck mal Simba, das ist das Schattenland. Da darfst du niemals hingehen. Hexenügel kommen gerade runter, Fuß vom Übel. Unsere Richtung Guck mal, ich hab ihn gehaugt. Ich hab ihn gehaugt. Ich hab ihn gehaugt. Ich hab ihn gehaugt. GG. Nein! Scheiße auf dich. Hey, da kommt der! Den, 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 den! Der Motor der Kombi! Das, du, motherf*****ern! Da gerieren wir nicht drüber, okay? I'm sorry, hello! Hello, mother... Klackieresma, digger! You fixin' to cooperate? F***! Nee! Oh mein Gott, das glaubt mir kein Mensch. Hilfe! Wenn er smart ist oder er ist ES-Mann, guckt er genau in meine Richtung. Das heißt, die hieet meinen hier drüber oder auch nicht. Was ist das denn? Wohin, am so... Nein, der Buffett ist nicht mehr. Ja, gut, wie du lachst. Ja! Was macht er da? Hahaha, du willst dich doch finken, Dinger! Snake, are you okay? Snake? SNAKE! SNAKE! GIVE UP, BEAR! SNAKE! Bist du das? Ja. Du lebst noch. Ja. Huch! Du musst die Quest machen, um die Toolbox zu planen, oder? Ah. Ich muss mein Kontrollbot fixen, Alter. Lass mich das fixen. Ja, komm, komm. Mach es, mach es. Danke, Alter. Keine Worte. Ja, ich bin fertig. Okay, komm, du zuerst. Okay. Ah. Ah. Mach's ja nicht nochmal, Digga. Abi. Arni, wie ist's mit dir? Willst du den Shit wiederhacken? Ja. Wunder, wunder, shit. What the fuck, bro? Ja. Oh wow! Da kommt ne komplette, 3er Team, 3er Team. Ich pushe die direkt rein. Und. Ich geb ihn hinter den, ja. Ah, I'm so sorry! Ich hab ihm eher Hedgehoff gegeben. Boah, get 180, Alter. Alter, vorm du uns hinter mir bei der Tür.